Lord, live inside me, leave me on my way Lord, live inside me, leave me on my way And leave me home, leave me home Leave me home, leave me home Ja, hier unten, diese Dings, diese Durchfahrt Ah, ja, okay Da ist ein Spieler Wo geht er hin? Linker Ganner Ich kann ihn nicht mehr sehen Jetzt wird's fast weg gedreht Ja, warte, warte, warte Er ist Linker Ganner, ne? Oh, das ist ne Feuerwehr Ferti? Keine Ahnung Wo denn? Wo fährt er? Da, da ist ich immer nicht so Da waren Spieler gerade, ohne Scheiß Ja, genau Wo ist da? Ja, ich sehe ihn jetzt nicht mehr, keine Ahnung Tschüss Ja, lass mich mal raus Ja, ich auch Wo? Am Bergrand Geh mal weiter runter Ja, oder so Okay, ich geh raus Ja, ja, ich bin auch raus Klick dir nochmal rüber und guck, wo der hin ist Ja Schilling? Äh, Kuri, läufst du Richtung Berg hoch oder andere Seite? Geh nichts Weiß ich nicht, wo wir zu lang Okay, ich geh Doch, ich seh ihn, ich seh ihn, er ist an der Schleuse An der Schleuse bei dem Berg Boah, ich häng im Baum fest, ich dreh durch Mach mir Schüsse Erst, ja guck, das war der, hier Liam, Liam ist das Ja, ich häng im Baum Ist er wurde gerade gekillt? Ja, der wurde gekillt aus dem Wald heraus Von wem? Ali, wie er ist vier Typen, da sind mehrere, ne? Von wem wurde der gekillt? Aus welchem Aus welchem Wald, Albers? Aus welchem Wald? Äh, der Nordöstliche, wo der Berg auch ist Dieser kleine Berg nur Okay Aus dem Wald? Ja, am Waldrand Ich geh da hoch Ich bin anderer Seite Cannot fire Ich seh einen Ah ne, du bist doch da Ich bin anderer Seite Ich bin auf der Seite Vorwestlich Wasserseite Achso, oh, sorry Ich hab nordwestlich verstanden Boah, ich wollt grad anlegen, ey Die looten den bestimmt Mhm Mhm Wie viele Leute sind das? Hast du kurz geguckt? Drei bis vier Nö, hab ich nicht Wollen wir alle weg Wollen wir alle weg Die sind FS11 oder wie die heißt Die überhaupt da Neu sind Einer ist auch nicht weiter voll Und bleibt gestorben Kann sein, dass Sack gleich auf dem Server kommt hier Wieso? Weil er grad geschrieben Was hat er geschrieben? Was hat er geschrieben? Dass er wohl Zwischendurch mal PvP machen will Was hat er denn Wollen wir mal? Wollen wir mal? Wollen wir mal? Wollen wir mal? Boah, hier sind zwei Spieler direkt an mir neben der Dingsbums Was? Alter, ich bin voll an dem vorbei Was? Was? Da unten ist ein Yui Auf wieviel Meter Entfernungsmord so ein bisschen 300 Okay, dann sind wir von mir jetzt Bei Abschränk? Äh, wieviel Meter brauchen wir nochmal? 60 ungefähr Ich glaube ich bin jetzt bei 63 Okay, wenn wir raus Geht's mal hier an die Leiche Auf wieviel mit der Leiche Wenn ich gerade war Er waren wirklich und ich glaube Ja Auf wem das gehörte sonst Äh, WSF Für die Theybris Ich bin jetzt brauner Bandit level 1, ja? Die Feuer des Ok, die Feuerwehr stehen da, aber ganz sicher. Das ist nie genau. Vielleicht gehört die gehen gar nicht. Na ja, vermutlich auch nur, oder? Ich lauf mal runter und guck mal was passiert. Sind unten in Dalno Zombies? Nope. Den ich erwischt hab mit einem M.M.G, ey. Ich hab immer ein bisschen zu wenig nach hinten gehalten, wegen der Geschwindigkeit. Ich wette, entweder ist er Richtung Kameni oder sonst wo den entgegen der dann Richtung Eta. Wer ist auf wer, was liegt auf den Gleisen? Nicht von uns, glaub ich. Guri? Ne, ich nicht. Ich hab irgendwas, irgendwas liegt auf den Gleisen. Wo auf den Gleisen? Ja, da sehe ich sie. Welche Höhe? Welche Höhe? Direkt an der Grenze. Wie an welcher Grenze? Dieser Grenzposten. Ok. Oh, danke. Liegt er hinter oder auf? Liegt er hinter oder auf? Äh, hinter, zum Berg hin. War das da? Ich glaub sogar auf dem Baum war das. Ja, ich umlaufe ihn. Versuch noch mal ein bisschen zu spawnen. Nee, 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 nee. Also nur ein bisschen. Dann verpisst er sich wahrscheinlich noch. Na, Mann. Einfach nur gucken, dass er da bleibt. Ich umlaufe ihn. Oh, er bewegt sich, er bewegt sich. Es sind zwei. Wohin bewegen sie sich richtig? Sie laufen halt, sie gucken in eure Richtung. Wo laufen sie hin? Äh, quasi Richtung Dainogorsk. Ich umlaufe sie. Ich laufe wieder den Weg zurück, den ich eben gelaufen bin. Warte mal. Ich laufe den einen. Sie laufen Richtung Kameni, hab ich das Gefühl. Äh, auf, ja. Ja, also so richtig, äh, ja. Bahnschienen sind ja noch ein Stück im Wald, richtig sehr gut weit weg. Ja, der Gilly liegt da noch, der Gilly liegt da. Alles klar, ich umlaufe ihn. Direkt bei der Station. Ja, ein Stück dahinter noch. So, warte mal. Welche Richtung dahinter? Äh, halt Richtung Kameni. Okay. In dieser Waldzunge zwischen Straße und Schienen. Ne, ne, auf den Schienen hat Albers gesagt. Ne, dahinter, dahinter, dahinter. Hinter den Schienen noch? Ja. Das heißt, von meinem Waldrand hier ist das schwierig für mich. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Seid mal ganz kurz. Seht ihr den anderen noch? Einen seh ich noch, ja. Beide seh ich, beide seh ich. Liegen die da beide? Ich schieß auch gleich. Warte, Kuri, warte bis ich da bin. Lass uns zu zweit, jeder einen. Bin gleich da. Ne, die bewegen sich jetzt beide wieder. Die gehen jetzt weiter. Ne, der Gilly geht wieder zu den Schienen. Ich muss gleich schießen. Ne, der Gilly geht über die Schienen. Ja. Der guckt auch in deine Richtung. Meine? Ja. Ich muss gleich, ich töte gleich den hinteren Bandit. Ja, mach, schieß auf ihn, wenn du kannst. Okay. Sicher ist sicher. Ja. Oh Gott, jetzt sehe ich den anderen nicht mehr. Der Gilly läuft an der Station vorbei quasi noch, aber im Wald. Wie, an welcher Station? An dieser Scheiße, äh Schneise da. Den, den Bandit seh ich nicht mehr. Richtung Kamini, oder? Nein, wieder zurück zu, da wo wir waren. Quasi Richtung Sevastopol. Okay. Im Parallel der Schienen oder wo? Parallel, ja. Der Bandit hat sich nicht mehr bewegt. Wo ist der Gilly? Ich seh ihn nicht. Der läuft weiter, ich hab ihn jetzt auch nicht mehr im Blickfeld. Das ist jetzt scheiße schon mehr. Ich seh ihn. Den Gilly? Nee, ich hab den anderen, der ist auch grad runtergelaufen. Richtung, äh, Schien wieder. Ziemlich weit weg noch von mir. Oder, oder. Oh. Wie ist er auf ihn? Ja, habe eins. Welchen hat's geholt? Den Bandit. Also nicht den Gilly? Nee. Nee. Fuchs, der ist zwar direkt in den Bahnschienen, ne? Ja. Ab den Kili. Großer? Der ist nicht tot. Doch. Nice. Schönes Ding, Jungs. Bleib hier mal da, save das. Ich lauf mal hin und pack einen. Er ist auch ein Hero, ich glaub's nicht, Mann. Ich hol mir kurz meine DMR aus. Ich hol den Spasti hier. Boah, Skinwechsel. Weiß sie nicht. Ich bin jetzt, ich lauf auf dich zu. Hä? Boah, Alter. Alright. Wuhuhu. Hahaha. Gerade richtig Panikgeschoben. Waaah. So, ich würd mir da gerne einmal Painkiller und Dings rausnehmen. Ja. Boah, was? Er hat ne M40 und ne M14 im Rucksack. Wo ist denn die DMR? Ich glaub, das sind... Die DMR hat er hier so... Die ist... Pass auf, Zombies, Jungs. Pass auf. Wo ist der andere gestorben? Wart ihr da schon? Boah. Ja, ja, den... Den anderen Typen hab ich. Aus der Upper SSD. Und halt den Adventure, ne? Komm mal hierher. So, und... Ich komm mal hier... Uah. Schön. Greif dir mal die DMR und so. Ich leg dir mal kurz die Max da nochmal rein. So, DMR hab ich. Morpion Pankiller nehm ich mir immer raus. Hattest du nen Rangefinder mit? Ja. Dann ist da auch dein Rangefinder drin? Ja. Oder M14? Nee, ja, M14 hab ich aber. Hast du? Ja. Okay, dann behalte ich's wie im Rucksack. Ich nehm mir... Ich nehm mir mal kurz die Bandage, wenn das okay? Ja, ja, ja. Oh, Zero Level 2 Blueprint. Das nehmen wir auch auf jeden Fall mit. PKM-Meg wieder für Dingsbums. Gut, ich würd sagen... Ja, der Adventure ist halt weg, ne? Nee, ich hatte gar keinen Adventure, stimmt ja. Nee, wir hatten gar keinen. Okay. Ja, die... Und ne da bei der Schleuse, okay? Äh, ich nehm die Max mit. Kann jemand die CCO mitnehmen? Oh, nee. Nee, ich bin komplett voll. Ich hab halt noch die PKM, ne? Ja, ich zerstör das Grab dann mal. Obwohl... Ach, scheiße. Lass nehmen das nicht. Ja. Oh! Warte mal, Zement. Da ist Albers. Albers kommen näher ran hier. Geht schon. Hier war noch ne Leiche, ne? Nice. Ja, direkt an dem... Häuschen. Oh, hier ist noch ne M14 drin, Jungs. Wo? In der Leiche von den Geli-Typen. Ja, die müssen wir mitnehmen. Ich hab keinen Platz. Ich bin aber am Heli. Ich kann kurz äh, ausladen und äh... Ja, hier ist noch ne Leiche. Ich guck da nochmal kurz rein. Und die Leiche sind jetzt in M14. M14. Oh, das stimmt mal. Das ist scheiße. Die Aktion. Ja. 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 Ja.